Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn ich gewählt werde, wird es keinen Zentimeter an Schutzgebieten mehr geben für die Indigene. Hier in Brasilien regiert ein Fiesling Mag Polizei und Militär und ballert gerne mit Gewehr Die Fureinwohners vom Amazonas Die müssen weg, egal was soll's für Ackerbau und Tropenholz Der Bolsonaro sagt, geht hin und holzt ihn ab Und sprichst du vom Klimawandel, bist du ausgelacht Dieser Opa ist Brasilianer, nur kein besonders humaner Er steht auf Soja, so ein Agraner Er mag lieber Rinder statt Zukunft Für Kinder, ja der Opa hat den Schuss nicht gehört Seit Amtsantritt von Präsident Bolsonaro hat die Abholzung stark zugenommen Und könnte auch langfristig weiter steigen Und will Europa Ihm auch ermahnen Die grüne Lunge, die isst ihm Banane Der Wald bringt Kohle Und jetzt ist Zahltag Er sagt, ich find's gut und nach mir Die sind's gut so wie Noah Oh, ha, 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 ha